Das folgende ist ein Hörbuch von Sigmund Freuds Text Neurose und Psychose aus dem Jahre 1924. In diesem kurzen Text erklärt Freud in Gegenüberstellung die Unterschiede der Neurose zur Psychose im Kontext der psychischen Struktur von Ich, Es und Über-Ich. Freud erklärt dahingehend, dass der grundlegende Unterschied zwischen Neurose und Psychose jener sei, dass in der Neurose der Hauptkonflikt zwischen Ich und Es bestehe, in der Psychose hingegen zwischen Ich und Außenwelt. Im weiteren Verlauf des Textes eröffnet Freud in gewisser Hinsicht noch eine dritte Kategorie, nämlich die der narzisstischen Neurose, wie beispielsweise der Melancholie, in denen der Hauptkonflikt zwischen Ich und Über-Ich bestünde. In all dieser Kategorisierung vertieft Freud den Blick für die Bedeutung des Konfliktes für den psychischen Apparat im Allgemeinen. Dann geht es beispielsweise ein Symptom, wie es in einer Neurose vorkomme, immer eine Folge eines solchen Konfliktes. Die Verdrängung, welche vom Ich ausgehe, aber vom Über-Ich gefordert werde, schaffe, dass einer Triebregung der Zugang zum Bewusstsein versperrt werde. Jene verdrängte Triebregung suche sich aber über Umwege, sprich Verstellung, Verkehrung ins Gegenteil etc., trotzdessen eine Abfuhrmöglichkeit und trage damit zur sogenannten Symptombildung bei. Im Kontext der Psychose erläutert Freud, dass jeder Traum als Ausgangspunkt der Untersuchung am aufklärendsten ist. Denn auch der Traum sei eine Psychose, die Psychose des Gesunden, in welcher man jede Nacht falle und jeden Morgen wieder draus erwache. Wo im Traum die Außenwelt ausgeschlossen wird und das Innenleben die Herrschaft übernimmt, wird in der Psychose des Psychotikers die Außenwelt in gewisser Hinsicht auch ausgeschlossen. Zumindest überlagert vom Innenleben bzw. von den Triebregungen. Der Konflikt mit der Außenwelt führe beim Psychotiker zu einer Verdrängung der Außenwelt statt zu einer Verdrängung der Innenwelt. Auch wenn Freud hier in gewisser Hinsicht eine scharfe Trennung der Erscheinungen in Neurose und Psychose suggeriert, gibt jedoch zu, dass diese nicht bis zum Letzten ganz aufrechterhalten werden könne. Was jedoch sichtbar an diesen Erläuterungen wird, ist die fundamentale Bedeutung des Konfliktes für den psychischen Apparat. Dangehend manifestiert Freud mit diesem Text das, was in moderner Psychoanalyse so gerne verdrängt wird, nämlich, dass die Psychoanalyse, sprich die klassische Psychoanalyse, in ihrem Kerne eine Konflikttheorie ist. Es ist mein Anliegen, als klassischer Psychoanalytiker hier die klassische Psychoanalyse, also die Vorkriegs-Psychoanalyse wieder ans Licht zu heben, soll nun dieser Text folgendes eine Lesung finden. Am Beispiel des Konfliktes und ihrer Bedeutung für die Neurose und Psychose bietet sich mit diesen Untersuchungen Freud ein bedeutsamer Einblick in die klassisch-psychoanalytische Denkweise. Wer sich darüber hinaus für spannende, kurze und klassisch-psychoanalytische Explorationen, Diskussionen und Polemiken interessiert, schau gerne auf meinem Hop-Kanal, welcher unter diesem Link hier zu finden ist, vorbei. Ich selbst bin auch Psychoanalytiker, als Psychoanalytiker in eigener Praxis tätig. Wer an klassisch-psychoanalytische Behandlung Interesse oder das Empfinden hat, aus dieser Richtung Hilfe zu brauchen, wende sich gerne an mich. Meine E-Mail-Adresse und Website befinden sich unten in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich hier und jetzt viel Spaß mit Sigmund Freud und seinem Text Neurose und Psychose. In meiner kürzlich erschienenen Schrift, das Ich und das Es, habe ich eine Gliederung des seelischen Apparates angegeben, auf deren Grund sich eine Reihe von Beziehungen in einfacher und übersichtlicher Weise darstellen lässt. In anderen Punkten zum Beispiel, was die Herkunft und Rolle des Über-Ichs betrifft, bleibt genug des Dunkeln und Unerledigten. Man darf nun fordern, dass eine solche Aufstellung sich auch für andere Dinge als brauchbar und förderlich erweise, wäre es auch nur, um bereits Bekanntes in neuer Auffassung zu sehen, es anders zu gruppieren und überzeugender zu beschreiben. Mit solcher Anwendung könnte auch eine vorteilhafte Rückkehr von der grauen Theorie zur ewig grünenden Erfahrung verbunden sein. Am genannten Orte sind die vielfältigen Abhängigkeiten des Ichs geschildert, seine Mittelstellung zwischen Außenwelt und Es und sein Bestreben, all seinen Herren gleichzeitig zu Willen zu sein. Im Zusammenhange eines von anderer Seite angeregten Gedankenganges, der sich mit der Entstehung und Verhütung der Psychosen beschäftigte, ergab sich mir nun eine einfache Formel, welche die vielleicht wichtigste genetische Differenz zwischen Neurose und Psychose behandelt. Die Neurose sei der Erfolg eines Konflikts zwischen dem Ich und seinem Es, die Psychose aber der analoge Ausgang einer solchen Störung in den Beziehungen zwischen Ich und Außenwelt. Es ist sicherlich eine berechtigte Mahnung, dass man gegen so einfache Problemlösungen misstrauisch sein soll. Auch wird unsere äußerste Erwartung nicht weitergehen, als dass diese Formel sich im Gröbsten als richtig erweise. Aber auch das wäre schon etwas. Man besinnt sich auch sofort an eine ganze Reihe von Einsichten und Funden, welche unseren Satz zu bekräftigen scheinen. Die Übertragungsneurosen entstehen nach dem Ergebnis aller unserer Analysen dadurch, dass das Ich eine im Es mächtige Triebregung nicht aufnehmen und nicht zur motorischen Erledigung befördern will oder ihr das Objekt bestreitet, auf das sie zielt. Das Ich erwehrt sich ihrer dann durch den Mechanismus der Verdrängung, das Verdrängte, sträubt sich gegen dieses Schicksal, schafft sich auf Wegen, über die das Ich keine Macht hat, eine Ersatzvertretung, die sich dem Ich auf dem Wege des Kompromisses aufdrängt. Das Symptom, das Ich findet, seine Einheitlichkeit durch diesen Eindringling bedroht und geschädigt, setzt den Kampf gegen das Symptom fort, wie es sich gegen die ursprüngliche Triebregung gewährt hatte, und dies alles ergibt das Bild der Neurose. Es ist kein Einwand, dass das Ich, wenn es die Verdrängung vornimmt, im Grunde den Geboten seines Überichs folgt, die wiederum solchen Einflüssen der realen Außenwelt entstammen, welche im Überich ihre Vertretung gefunden haben. Es bleibt doch dabei, dass das Ich sich auf die Seite dieser Mächte geschlagen hat, dass in ihm deren Anforderungen stärker sind als die Triebansprüche des Es, und dass das Ich die Macht ist, welche die Verdrängung gegen jenen Anteil des Es ins Werk setzt und durch die Gegenbesetzung des Widerstandes befestigt. Im Dienste des Überichs und der Realität ist das Ich in Konflikt mit dem Es geraten, und dies ist der Sachverhalt B. allen Übertragungsneurosen. Auf der anderen Seite wird es uns ebenso leicht, aus unserer bisherigen Einsicht in den Mechanismus der Psychosen Beispiele anzuführen, welche auf die Störung des Verhältnisses zwischen Ich und Außenwelt hinweisen. Bei der Amentia Meinerts, der akuten, halluzinatorischen Verworrenheit, der vielleicht extremsten und frappantesten Form von Psychose, wird die Außenwelt entweder gar nicht wahrgenommen, oder ihre Wahrnehmung bleibt völlig unwirksam. Normalerweise beherrscht ja die Außenwelt das Ich auf zwei Wegen. Erstens durch die immer von Neuem möglichen aktuellen Wahrnehmungen. Zweitens durch den Erinnerungsschatz früherer Wahrnehmungen, die als Innenwelt einen Besitz und Bestandteil des Ichs bilden. In der Amentia wird nun nicht nur die Annahme neuer Wahrnehmungen verweigert, es wird auch der Innenwelt, welche die Außenwelt als ihr Abbild bisher vertrat, die Bedeutung, Besetzung, entzogen. Das Ich schafft sich selbstherrlich eine neue Außen- und Innenwelt. Und es ist kein Zweifel an zwei Tatsachen, dass diese neue Welt im Sinne der Wunschregungen des Es aufgebaut ist und dass eine schwere, unerträglich erscheinende Wunschversagung der Realität das Motiv dieses Zerfalles mit der Außenwelt ist. Die innere Verwandtschaft dieser Psychose mit dem normalen Traum ist nicht zu verkennen. Die Bedingung des Träumens ist aber der Schlafzustand, zu dessen Charakteren die volle Abwendung von Wahrnehmung und Außenwelt gehört. Von anderen Formen von Psychose, den Schizophrenien, weiß man, dass sie zum Ausgang in affektiven Stumpfsinn, das heißt zum Verlust alles Anteiles an der Außenwelt, tendieren. Über die Genese der Wahnbildungen haben uns einige Analysen gelehrt, dass der Wahn wie ein aufgesetzter Fleck dort gefunden wird, wo ursprünglich ein Einriss in der Beziehung des Ichs zur Außenwelt entstanden war. Wenn die Bedingung des Konflikts mit der Außenwelt nicht noch weit auffälliger ist, als wir sie jetzt erkennen, so hat dies seinen Grund in der Tatsache, dass im Krankheitsbild der Psychose die Erscheinungen des pathogenen Vorganges oft von denen eines Heilungs- oder Rekonstruktionsversuches überdeckt werden. Die gemeinsame Äthiologie für den Ausbruch einer Psychoneurose oder Psychose bleibt immer die Versagung, die Nichterfüllung eines jener ewig unbezwungenen Kindheitswünsche, die so tief in unserer phylogenetisch bestimmten Organisation wurzeln. Diese Versagung ist im letzten Grunde immer eine äußere, im einzelnen Fall kann sie von jener inneren Instanz, im Über-Ich, ausgehen, welche die Vertretung der Realitätsforderung übernommen hat. Der pathogene Effekt hängt nun davon ab, ob das Ich in solcher Konfliktspannung seiner Abhängigkeit von der Außenwelt treu bleibt und das Es zu knebeln versucht oder ob es sich vom Es überwältigen und damit von der Realität losreißen lässt. Eine Komplikation wird in diese anscheinend einfache Lage aber durch die Existenz des Über-Ichs eingetragen, welches in noch nicht durchschauter Verknüpfung Einflüsse aus dem Es wie aus der Außenwelt in sich vereinigt, Gewissermaßen ein Idealvorbild für das ist, worauf alles Streben des Ichs abzielt, die Versöhnung seiner mehrfachen Abhängigkeiten. Das Verhalten des Über-Ichs wäre, was bisher nicht geschehen ist, bei allen Formen psychischer Erkrankung in Betracht zu ziehen. Wir können aber vorläufig postulieren, es muss auch Affektionen geben, denen ein Konflikt zwischen Ich und Über-Ich zugrunde liegt. Die Analyse gibt uns ein Recht anzunehmen, dass die Melancholie ein Muster dieser Gruppe ist. Und dann würden wir für solche Störungen den Namen narzisstische Psychoneurosen in Anspruch nehmen. Es stimmt ja nicht übel zu unseren Eindrücken, wenn wir Motive finden, Zustände wie die Melancholie von den anderen Psychosen zu sondern. Dann merken wir aber, dass wir unsere einfache genetische Formel vervollständigen konnten, ohne sie fallen zu lassen. Die Übertragungsneurose entspricht dem Konflikt zwischen Ich und Es, die narzisstische Neurose dem zwischen Ich und Über-Ich, die Psychose dem zwischen Ich und Außenwelt. Wir wissen freilich zunächst nicht zu sagen, ob wir wirklich neue Einsichten gewonnen oder nur unseren Formelschatz bereichert haben. Aber ich meine, diese Anwendungsmöglichkeit muss uns doch Mut machen, die vorgeschlagene Gliederung des seelischen Apparates in Ich über Ich und Es weiter im Auge zu behalten. Die Behauptung, dass Neurosen und Psychosen durch die Konflikte des Ichs mit seinen verschiedenen herrschenden Instanzen entstehen, also einem Fehlschlagen in der Funktion des Ichs entsprechen, das doch das Bemühen zeigt, all die verschiedenen Ansprüche miteinander zu versöhnen, fordert eine andere Erörterung zu ihrer Ergänzung heraus. Man möchte wissen, unter welchen Umständen und durch welche Mittel es dem Ich gelingt, aus solchen gewiss immer vorhandenen Konflikten ohne Erkrankung zu entkommen. Dies ist nun ein neues Forschungsgebiet, auf dem sich gewiss die verschiedensten Faktoren zur Berücksichtigung einfinden werden. Zwei Momente lassen sich aber sofort herausheben. Der Ausgang aller solchen Situationen wird unzweifelhaft von ökonomischen Verhältnissen, von den relativen Größen der miteinander ringenden Strebungen abhängen. Und ferner. Es wird dem Ich möglich sein, den Bruch nach irgendeiner Seite dadurch zu vermeiden, dass es sich selbst deformiert, sich Einbußen an seiner Einheitlichkeit gefallen lässt, eventuell sogar sich zerklüftet oder zerteilt. Damit rückten die Inkonsequenzen, Verschrobenheiten und Narreheiten der Menschen in ein ähnliches Licht wie ihre sexuellen Perversionen, durch deren Annahme sie sich ja Verdrängungen ersparen. Zum Schluss ist der Frage zu gedenken, welches der einer Verdrängung analoge Mechanismus sein mag, durch den das Ich sich von der Außenwelt ablöst. Ich meine, dies ist ohne neue Untersuchungen nicht zu beantworten, aber er müsste, wie die Verdrängung, eine Abziehung der vom Ich ausgeschickten Besetzung zum Inhalt haben. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017